kann ich so bitte wiederholen ich bitte um lande anlaubnis auf autobahn a 9 97 jetzt das fahrwerk einfahren jetzt das fahrwerk einfahren sehr schön sehr schön ich komme ganz normal raus die verdächtigen wir scheffeln weiter geld das geld muss ran rein alles rein wenn ich meine plantage haben bleibst du im flugzeug ich warte auf euch damit es gleich weiter geht gleich weiter geht aber instant gleich weiter geht es was haben wir denn hier feines motorräder klauen gefängnisbus oder farm die farm war gut oder die farm war gut sagt er dort doch auf jeden fall 34.000 gegeben oder das stimmt die dort kennt vor der breite ach, Martin, ne? ja der Vize ich nehm nur mal ein Güx dring Nee, wir haben nicht mal Glerosin und so, dicker, an den Marktkosten, Klimaschutz. Baby. Auf euch Männer. Warum ist das ein Barkeeper, der die zwei gleichzeitig ziehen kann? Oh, und da rastet's. Da geht die Welt wieder unter. Alter Schwede. Hab ich grad wieder erschrocken, was da los ist. Alter Spinne. Untergeschraubt. Ja, passt. Ich bin eh grad in der verschobenen Welt, also es passt. Was ist denn hier? Euer Pilot wartet. Wir sind unterwegs. Marv zieht noch schnell Kondome, das ist wichtig. An der Musicbox, alles klar. Achso, das ist die Musicbox. Achso. So, diesmal werde ich nicht umgefahren. Aha, durchgemogelt. Mit meiner Traumwelt hier. Ich will jetzt aber auch nach hinten, wie geht denn das? Warte mal. Einfach reinsteigen. Ja, jetzt ist es nach vorne, jetzt findest du... Was? F gedruckt halten? Jetzt renne ich wieder zurück. Mach die Luke zu. Jetzt kickst du mich raus. Du hast gesagt, echt gedrückt halten. Das Schauspiel hier einfach. Was ist denn hier los? Hey, na jetzt. Ey, wo bin ich jetzt? Bin ich wieder vorne. Ne, wir sind hinten. Das ist so, Marv ist vorne. Ja. So, und jetzt? Aha. Wann ist das verschoben hier? Wenn ich jetzt keine Waffe auswähle. Ja, ich trink meine Runde Champagner, mein Mittelfinger. Hahaha. Hahaha. Huuu. Oh, das kommt grad gar nicht gut, Digger. Hahaha. Geht, da hättest du noch auf die Kontstrahl nach vorne. Hahaha. Oh, fuck. Oh, fuck. Hahaha. Wir müssen überhaupt hin. Weiß gar nicht, ob wir so richtig sind. Hahaha. Ach, da, zu dem Personen-Dingens. Power an Basis. Am Bedungen an der Erlaubnis. Willst du uns diesmal beschützen? Willst du ihn in Surgeon holen? Ah, der ist ja... Alleine bringt er nichts. Ja, aber den können wir dann an einer Farm hinstellen. Oh ja, in der Tat. Warte, ich muss mal kurz einmal um... Ja, flieg da erstmal hin. Ne, das Gute ist, da spawnt der. Was? Wo das ist. Da spawnt der. Also da, wo das ist. Da kommt er hin. Ja, wir müssen erstmal hinfahren. Ja, aber wenn ich jetzt da hinfahre und dann da mache, dann spawnt der woanders. Achso. Wegen einmal kurz um ihn weg. Oh, mein Vorbereitungsschluck Wein, das muss sein. Na ja, hau dir... Oh, da ist die Gegner gestattet. Das ist gar nicht gut. Oh fuck. So eine Hydra. Du willst doch nicht ernsthaft landen. Oh fuck. Oh. 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 Ich geh raus. So, alles gut. Alles geil, wie hast du das? Die Treppe auf. Toll. Ich auch. Hä? Ich bin von oben runter. Hä? Wo ist denn das Ding hin? Achso, du standst da oben drauf. Das Ding hin ist weg. Welches Ding? Der Insolgenzi-Turk. Das ist scheiße. Da hole ich einen neuen. Ne, Mav, den darfst du nicht haben. Du darfst jetzt da oben dir das Auto holen. Ja, komm mal her, Marvin. Wir fahren jetzt zusammen hier. Oh, Marvin. Ja, warte, ich komm nach oben. Er kickt mich einfach auf. Oh, oh, oh. 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 Was? Achso, du bist das. Ich bin voll erschreckt. Ja, komm, komm. Zieh durch. Zieh. Nein. Oh. Herzhaft. Egal, ich renne da jetzt hin. Hey. Ehehehe. Ah! Entschuldigung. Entschüdigüng. Wow! Da war niemand was da. Hallo, ich wollte ein Hotdog essen. Mit der Haut ab. Ja, weil das aber auf mich ist. Hä? Ach, wir müssen nur eine Person bringen. Oh, wir brauchen den Surgery-Truck, hier. Scheiße Oh, das ist der Jet Mach den runter Der rötelt hier rein Nein Ja, der trifft, der trifft Nein, der trifft nicht Nein, zu früh abgeschossen Ja, sie muss irgendwo sein Ja, ja, nee, nee, ja, nee Oh, Mann Gibt's doch nicht Wir treffen den nicht, wir ballern den ganzen Mundi hier Komm, weit, neil Ich hol mal die Person Er kommt Ich glaub, wir müssen die nur verteidigen, oder? Nee, ach so, doch Stimmt Ah, cool Ach, wir müssen ihn hier verteidigen Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt Alter Alter, der hat alles wegrasiert Er ist doch gerade so weggegangen Alter? Alter, Vater Nein, ich brenne Geh in Deckung Wo ist der? Ja Ja Ja, ich hab ihn Ich hab ihn erwischt Sehr gut Boah, zehn Minuten müssen wir das Ding verteidigen Sechs Minuten noch Ja Oh, jetzt hat er mich alles Jetzt kommt zehn Irgendwie hat's da nämlich dran ja ausgehalten, ey Nein Ey, wo bist du denn? Im Zelt Im unzer... zerstörbaren Zelt Ich glaub, das Ding ist platt, Jan Ich glaub, die Hüter ist tot Ja? Ja Er ist erst ausgestiegen Perfekt B4 Fischer ist das Nee, doch nicht Get no scoped Er hat einfach Ja, auf jeden Fall, sehr nice Das wäre im Haupt... Oder die Firma ist er hier direkt Das ist der alte, oder was? Ja, Büro eines Freundes Büro von Shadowhawks Inc. Oh, da ist aber noch ein Spieler Bei euch ist der Insolvency Crackets geworden Echt? Ich gerade bestätigt hab, ja Wo? Unten auf dem Strand Hä, wo wo ist denn? Ich beratte in der Achterbahn Hä? Wo ist die Mission hin? Die Mission ist weg Weg Auf jeden Warum? Hä, Achterbahn? 20 Sekunden? Mal Mal Mal, was hast du getan? Ich bin hier oben drauf Ja, da steht Achterbahn noch 20 Sekunden Und du rennst gerade auf der Achterbahn Oh, Mal Was hast du getan? Ich hab nichts gemacht Ich war... Ich hab nichts mitbekommen Ich war gerade in der Karte Ey, hier kann man In der Karte Hä, hier kann man Wie geil ist das denn? Leute, kommt mal bitte... Ich höre euch mal ab Achterbahn Jetzt fahr ich auch achter... Ne, jetzt kann ich nicht mehr Wir müssen kurz mal was machen Hä, was war das denn für ein Scheiß? Maul Ich renne da will Oh, Egeil Oder haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Pippo? Ne, haben wir nicht Was stand denn da? Und was stand denn da? Nix War weg auf einmal Warum? Wollte er da auf der Achterbahn rumturnt oder was? Das ist ein Scheiß. Dieses Spiel fuckt uns schon wieder. Wo sollen wir denn hin? Hier, zu mir kurz. Wir fahren kurz wohin. Oh ja, ein Peicher. Das ist unser Zerstörer, aber auch mal die Netze. Oh, das Typ, den nimmt man mit, oder? Nee, 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 nicht machen. Nichts machen. Warum? Oh, hänge die Kops auf. Hier kannst du Masken kaufen. Oh ja. Ich will zuerst. Achso, die, die man bei der Mission, bei den Haste auch auswählen kann. Ich konnte das noch nicht machen, weil ich immer Kopf oder sowas hatte. Alter. Alter. Nee. Nee. Voll geil. Hä? Der Wix hat, hat den Audi gestoppt, ne? Oh, Alter. Nein, nein, ich hab den, ich hab den. Ich kann keine Maske nehmen. Es passt nicht zum Outfit. Ich kann den Rund machen. Oh, 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 oh... Und ich hab den Rund gemacht. Ich hab den Rundwechsel gemacht. Ich hab den Rundwechsel gemacht. Und jetzt sind die Rundwechsel gemacht. So würde ich sagen, ab zum Clubhaus wieder, oder? Joa. Ciao. Alter, wie lässt denn der sich fahren? Ciao. Oh. So, Marv fährt. Ciao. Was war das? Das war irgendwas Raketenmäßiges. Auf jeden. Oh, da volles Paket, weil wir die... ...jagern? Ja, auf jeden Fall. Fucking Pidi. Ey, fährt mal im Prolog durch. Wo fahr'n wir durch? Im Prolog fahr'n wir da durchgefahren. Da ist ein Spieler vor uns. Da ist ein Spieler! Ach, er schon wieder. Wo ist denn das? Der vom Elm, der an diesen Maskenstopp stand. So. Und schau! Da ist er, ex. Er ist in Ellen für ne Karre. Mann, Fettig! Jawohl, der ist am Arsch! Oh, den Weg! Ja! Jawohl! Was hier los ist! Das nächste... ...verscherzen uns mit dem ganzen Server. Oh, der wurde nicht zerhäxelt. Okay. Ciao! Ciao! Jetzt der Server hasst uns wieder. Fünf Sterne. Geil. Ja, aber ist doch eine gute Leistung, oder? Ja. Können wir mal machen, ne? Oh! Wir haben, wir haben, wir haben, wir haben Polizei. Der eine da jetzt irgendwie rausgespielt. Oh, wo fahr' ich denn hier lang? Hä? War richtig der Weg, oder? Ja, weil bei mir passt's auch. Ja. Ciao! Der hat drin. Ich hab nicht mehr so viel Leben. Ich bin bald rausgeschossen hier, ey. So extrem viel hier. Sch-sch-sch-schneiddaart. Also, ich sitz chillig hier hinten drin. Das glaub ich. Bei mir ist alles gut. Ich guck mir das Spektakel in Ruhe an. Oh, fuck! Oh, ho, 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 ho. Oh, da macht's gleich Bum. Das explodiert auf jeden noch. Was hier auch los ist, ey. Ciao! Ciao! Piece of shit! Hä? Oh, Maui, geht's hier eigentlich runter. Doch! Geil! Haha! 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 Geil! War über die Leitbacke gehüpft. Oder geflogen, besser gesagt. Tarnmodus activated. Haha! Haha! Ciao! Haha! Ja, okay! Okay! Pass mal ernst! Hey, echt echt! Hahaha! Hahaha! Haha! 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 Oh, das war ich ernst. Fällt ich nicht bei mir rein! Ach, maul, ey! Ist denn hier schon wieder los? Hey, wir wollen auch noch ein Club auf! Wir waren so gut unterwegs! Jetzt kommt der Mupp jetzt schon wieder! Hahaha! Haha! Das war ein schöner Flug. Ciao. Ui, wie weit ist denn dieser Kackweg? Kommt mir doch nochmal an, ey. Fuck, jetzt kommen wir ja gar nicht rein, ne. Ciao. Tschau. Müssen wir abhängen. Oh, der hat mir bloß Schaden bekommen, das hab ich genau gesehen. Dass Blut gestürzt ist. Heineken. Heineken will Gefängnis aus Boma. Der will Bex aus dem Gefängnis holen. Ist der Bex? Die Kackweg ist es. Achso, ich hab ihn ja. Halte, kannst du nicht schnell reinlaufen? Ne, ne? Ne. Ich sterb kurz. Tschüss. Tschüss, schöne Welt. Also wenn ich selbst Mund machen würde, dann so mit der Granate. Hey, du hast eine Spielverlassung, Falte. Oh ja, stimmt. Ja, stimmt. Ich bin rausgefetzt. Aber ich seh euch noch. Wie geht das denn? Kannst dann... Ähm... Was? Bei mir... Ballerst du hier dauerhaft auf eine Stelle. Ciao. Ich versuch mal mal hier einzusteigen. Er hat mich aus der Karre... ...draus geschlossen. Ich glaube, wir sind alle raus. Ich mach mal neue Sitzungen finden. Hä? Alle. Und bis dahin verabschieden wir uns. Man sieht sich übermorgen. Tschüss. Tö... Äh...